Heute soll es um die ganz einfache Frage gehen. Ist Ethereum besser als Bitcoin? Und ich weiß, man kann sich darunter vorstellen, ganz, ganz viele Theorien aufzustellen. Das eine ist das digitale Gold, das andere ist das digitale Öl. Eigentlich kann man es doch gar nicht miteinander vergleichen. Vollkommen richtig. Aber ich kann doch ein Fazit ziehen, ob ich denke, dass Ethereum besser ist als Bitcoin. Ja oder nein? Und ich kann das Ganze natürlich auch klar belegen. Es handelt sich hier nicht nur um ein Bauchgefühl oder um ein Ja-Wenn-Dann, sondern ist Bitcoin besser als Ethereum? Von mir gibt es heute eine klare Antwort. Legen wir los. Ich begrüße euch ganz herzlich hier auf dem Tradermacher-Kanal. So, wir legen gleich los und ich werde selbstverständlich auch in einem persönlichen Fazit mit euch teilen, wie ich aktuell in Bitcoin und in Ethereum investiert bin, wie ich hier weiter vorgehe und insbesondere auch meine Aufteilung zwischen Bitcoin und Ethereum. Zuerst aber ein Hinweis. Vielleicht ist es euch schon aufgefallen. Ja, der Kanal hat ein neues Look and Feel. Also, ja, das Intro ist neu. Eigentlich ist alles neu außer mir. Da müssen wir dann noch dran arbeiten. Und deswegen, wenn ihr Lust habt, ich habe hier diese Software-Engineering-Leute, Programmierer, Cutter und so weiter, habe ich alle gerade abgeworben beim Springer Verlag. War gerade günstig zu haben. Und die arbeiten jetzt bei mir hier unten im Keller. Und wenn ihr Lust habt, dass es denen besser geht, ja, bei mir ist da eine Pellet-Heizung drin, ist reichlich warm. Für Fenster wird es wahrscheinlich nicht reichen. Ich würde denen aber einen Lüfter reinstellen, wenn ihr den Kanal abonniert und ihr ihn somit zeigt, ja, das habt ihr gut gemacht. Der Erichsen, der redet zwar immer noch wie vorher, aber das Ganze sieht jetzt viel schicker aus. Also, würde mich freuen, wenn ihr als kleine Anerkennung, ich werde es ihnen dann auch zeigen, ich schiebe das dann mit so einem Zettel unter der Tür immer zu den durch im Keller, die finden, das habt ihr ordentlich gemacht. Also, Kanal abonnieren, danke euch. Und jetzt sprechen wir über Ethereum und eigentlich muss ich mir ja Gott sei Dank gar keine eigenen Gedanken mehr machen. Ich kann ganz einfach die künstliche Intelligenz fragen, was ist denn besser, Ethereum oder Bitcoin? Und genau das habe ich getan. Ist Ethereum besser als Bitcoin? Ich weiß, das ist ein bisschen mit einem kleinen Bias, aber man kann es ja mal versuchen. Und dann sagt mir die künstliche Intelligenz, in diesem Fall in Form von ChatGPT, ob Ethereum besser als Bitcoin ist, hängt davon ab. Wenn ihr jetzt sagt, das weiß man sowieso alles schon, wartet es mal ganz kurz ab. Wir kommen gleich auf meine Punkte, die aus meiner Sicht ganz entscheidend sind, um hier ein Urteil zu fällen. Und das auch völlig unironisch. Man kann nämlich sagen, was besser ist, je nachdem, worauf es einem ankommt. Also, ChatGPT sagt korrekterweise, je nachdem, wie man es betrachtet, beide haben ihre Vor- und Nachteile, bla 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 bla. Zweck? Bitcoin wurde als digitales Geldsystem konzipiert, um Peer-to-Peer-Transaktionen ohne zentrale Behörde zu ermöglichen. Auf der anderen Seite ist Ethereum nicht nur eine Kryptowährung, sondern eine Plattform, die Smart Contracts und dezentrale Anwendung unterstützt. Korrekterweise. Technologie? Bitcoin verwendet relativ einfache Skript-Sprache, Ethereum. Und das wusste ich überhaupt nicht. Ich musste es erst nochmal googeln. Ich dachte erst, ich habe es schon vorbereitet, weil ich dachte, nee, wie kommt es denn darauf? Also, vielleicht habt ihr schon mal von Alan Turing gehört. Turing hat 1950, ob er da schon, also Computer hat es auf jeden Fall schon gegeben, aber dass er da schon einen Turing-Test entwickelt hat, das ist geradezu visionär. Der Turing-Test, so wie ich ihn verstanden habe, der belegt, wie weit sich eine Maschine einem Humanoiden annähert. Also, wenn man nach fünf Minuten nicht weiß, dass man gerade mit einer Maschine gesprochen hat, was 1950 eher noch unwahrscheinlich war, dann kann man sagen, diese Maschine hat den Turing-Test bestanden. Es ist dem Gegenüber nicht aufgefallen, dass er hier gerade mit einer Maschine kommuniziert. Wenn ihr heute sagt, naja, das ist aber bei mir bei den meisten Chatbots von Telekom oder bei der Lufthansa, Lufthansa, eine Telekom, muss man fairerweise sagen, ist mittlerweile viel, viel, viel besser. Die haben mal schwach angefangen, finde ich jetzt sehr gut. Ja, ich habe keinerlei Kooperation mit der Telekom, ich weise nur mal darauf hin. Bei der Lufthansa, ach nee, da spreche ich ja gar nicht mit dem Chatbot, da spreche ich mit dem Menschen und das funktioniert nicht. Warum sage ich das hier? Weil mich das wahnsinnig ärgert, dass man sechs Monate darauf wartet bei einer Quality Airline, bis irgendwas mal bearbeitet wird. Wo war ich beim Turing-System? Und Ethereum ist eine Turing-vollständige Sprache. Offensichtlich gibt es hier also noch höher einzustufende Definitionen, was eine Turing-vollständige Sprache ist. Wenn ihr mir das erklären mögt, einmal hier bitte unten rein in die Kommentarfunktion. Würde mich wirklich interessieren. So, Geschwindigkeit, Skalierbarkeit ist klar. Bitcoin-Transaktionen dauern ein bisschen länger, sind ein bisschen teurer. Das ist ja auch Teil des Systems. Ethereum hat zwar ähnliche Probleme, hat das aber zum Teil durch Ethereum 2.0 gelöst. Und übrigens auch haben wir ja, deswegen sind die Daten ein bisschen veraltet, mittlerweile ja Proof of Stake und nicht mehr Proof of Concept. Und dann haben wir noch den Marktwert. Bitcoin hat einen höheren Marktwert. Wird oft, finde ich ganz interessant, als digitales Gold bezeichnet. Den Ausdruck hatte ich schon mal gehört. Aber Ethereum hat einen geringeren Marktwert, wird aber oft als digitales Öl bezeichnet, da es die Grundlage für viele andere Krypto-Projekte bildet. Finde ich eine ganz interessante Herangehensweise, beziehungsweise einen interessanten Gedanken. Sicherheit, beide sind sehr sicher. Energieverbrauch, beide Netzwerke verbrauchen eine erhebliche Menge an Energie, wobei Bitcoin derzeit mehr verbraucht, jetzt sogar deutlich mehr, weil bei Ethereum durch die Einführung von Ethereum 2.0 ja jetzt der Proof of Stake Algorithmus verwendet wird und das führt zu einem geringeren Energieverbrauch. So, damit ist die Frage also beantwortet. Und es gibt natürlich unheimlich viele Meinungen. Es gibt die Bitcoin-Maximalisten, die sagen, alles andere ist Schrott. Ich kann mit einem totalitären Ansatz, wenn ich das mal so sagen darf. Also eigentlich sind alle Bitcoin-Maximalisten, die ich kennengelernt habe, sehr nette Menschen. Also haben grundsätzlich mal kein totalitäres Gedankengut in sich. Aber dieser Ansatz, nur Bitcoin, alles andere ist Quatsch. Damit kann ich herzlich wenig anfangen. Darum geht es aber heute auch gar nicht. Denn der Titel ist einfach nur so zu verstehen, was ist denn besser? Und ich wette, damit habe ich hier eine Community von mehr als 80 oder 85 Prozent angesprochen. Unter Rendite-Aspekten. Nicht unter dem Aspekt der Revolution und, und, und. Ich kann mich noch erinnern, wisst ihr, als ich kritisch gesprochen habe über Bitcoin. Das war mitten in der Fahnenstange. Ein bisschen zu früh, gebe ich vollkommen, also möchte ich absolut zugeben. Ja, wie viele mir da geschrieben haben, ich hätte doch die Revolution nicht verstanden und, und, und. Als ob die allermeisten hier investiert werden, weil sie sagen, das ist für mich die große Alternative zu unserem Geldsystem. Der Wert ist egal, Hauptsache in 30 Jahren und Hauptsache ich bin nicht im Fiat-Geld. Also Pustekuchen, komm. Da lasst uns zumindest so ehrlich sein, dass die meisten investiert sind, weil sie sagen, ich wünsche mir hier einen Kursaufschwung und der darf gerne so heftig erfolgen wie in der Vergangenheit. Gibt sicherlich auch die anderen. Gibt aber ganz sicherlich auch die, die sagen, ich möchte einfach reicher sein als vorher. Das darf man offen äußern. Das ist nämlich viel ehrlicher, als sich da irgendwelche Theorien zurechtzulegen. Nee, ich bin auch ein bisschen, eigentlich bin ich ein kleiner Revolutionär. Also eigentlich bin ich auch ein kleiner Revolutionär, aber ich möchte wissen, wo habe ich denn die höheren Kursaufschwünge zu erwarten? Und Stand jetzt, und ich nehme dieses Video auf, dieser Zeitstempel ist wichtig, weil trotz Feiertag ja Bitcoin, Ethereum und so weiter nie aufhören zu handeln. Ich nehme es auf am Sonntag um, was haben wir jetzt, 12.45 Uhr. So, und wir beginnen mal mit Ethereum und stellen fest, dass Ethereum derzeit im Vergleich zu Bitcoin stärker ist. Woran mache ich diese Stärke fest? Ethereum hat vom Tief aus, es gibt natürlich noch viel, viel, viel tiefere Tiefs, aber wir nehmen jetzt mal das 2019er Tief. Das wurde bei Bitcoin, ja, beinahe, ebenso wie bei Ethereum nur beinahe getestet im Corona-Crash. Beide sind knapp darüber geblieben. Von diesem Tief aus hat sich Ethereum in etwa seitdem, Krise, ver-53-facht im Kurs. Das ist ja keine Jahrzehnte her, ja, das ist Jahre her. Also wie viel Trübsal hier geblasen wurde bei einem Wert, der sich derart vervielfacht hat, da kann ja kein Tech-Titel mithalten. Bitcoin hat im gleichen Zeitraum sich ver-22-facht. Was also die Dynamik des Anstieges angeht, hat Ethereum mehr als doppelt so viel geleistet. Dann schauen wir auf die aktuelle technische Verfassung und wir stellen fest, Ethereum hat hier in diesem logarithmischen Chart schön zu sehen, hat korrigiert bis zum 38er Retracement. Seitdem, das können wir mal rausnehmen, ja, das ist kurzfristige Betrachtung, jetzt kämpft Ethereum gerade mit dem 23,6er Retracement. Dieser Bewegung von 2019 im Tief bis zum Top. Bei Bitcoin gab es eine, gibt es noch immer eine Konsolidierung, die reichte fast bis zum 50% Retracement. Das ist also etwas schwächer. Und während Ethereum mit dem 23,6er, das ist das letzte Retracement, kämpft, ist Bitcoin hier noch nicht angelangt und findet meines Erachtens hier auch einen nicht unerheblichen Widerstand. Also die Korrektur reichte weiter, ging tiefer, obwohl der Wert nicht volatiler ist. Der volatilere Wert ist Ethereum. Man muss Volatilität immer als Preis des Risikos bezeichnen, wenn man sagt, ich möchte sehr viel mehr Anstieg, dann muss ich auch in Phasen der Korrektur, in Phasen der Konsolidierung, das hat man im Übrigen bei Dritt- und Viertwerten, Altcoins gesehen, Solana, Cardano, haben es deutlich stärker noch korrigiert. Aber da kann man jetzt auch sagen, sie sind deutlich stärker gestiegen vorher. Wir konzentrieren uns aber auf diese beiden Werte und stellen fest, dass Bitcoin also, obwohl es der weniger volatile Wert ist, auch weniger gestiegen ist, eine stärkere prozentuale Korrektur vollzogen hat. Und letztlich bleibt dann bei beiden Werten, das ist vermutlich eine Frage, die viele beschäftigt, noch offen, wann ist denn sehr wahrscheinlich, dass keine neuen Tiefs mehr erreicht werden. Also dass innerhalb dieser Volatilität und gerade dann, wenn so eine Abwärtsbewegung ja mehr als ein Jahr andauert, dass es dann eine Gegenbewegung gibt, ist normal. Meines Erachtens sind noch nicht die Schwellen überschritten, die Widerstandszonen überschritten, bei denen man dann sagen kann, oh, jetzt werden neue Tiefs unwahrscheinlich. Sie sind jetzt schon unwahrscheinlicher, aber sie sind eben noch nicht, der Abwärtstrend ist intakt, sie sind noch nicht von der Agenda runterzunehmen. Und hier sind beide Werte relativ ähnlich. Also Bitcoin müsste nach meiner Analyse rund, lass mich nachschauen, 36 Prozent steigen, nämlich über diese Widerstandszone. Wenn wir darüber hinaus klettern, dann muss das Ganze nicht sofort auf neue Allzeithochs gehen. Also wenn man jetzt den sehr langfristigen Chart betrachtet, dann gibt es gar keinen Zweifel daran, dass es neue Allzeithochs gibt. Ja, ich weiß, es gibt ganz, ganz viele Sachen und Verboten und diese. All das kann passieren. Wenn Bitcoin morgen verboten wird, dann glaube ich, dass das für Bitcoin negativ ist im Kurs. Zweifellos. Aber die Frage müssen wir heute nicht behandeln. Und ich weiß auch, ein komplettes Verbot gibt es nicht. Aber wenn man Bitcoin nicht halten darf, dann kommt es eben zumindest mal in der westlichen Hemisphäre einem Bitcoin-Verbot nahe. Aber wir haben schon Staaten, auch große, wo Bitcoin verboten ist und dennoch entwickelt sich der Kurs. Also ich bin davon überzeugt, dass es langfristig weiter aufwärts geht. Ich bin allerdings auch investiert, muss man auch dazu sagen. Und ich kalkuliere zumindest für meine eigene finanzielle Planung den Totalverlust ein. Anders kann man meines Erachtens nach wie vor nicht im Krypto-Universum investieren. Also 36% nämlich hierüber müsste Bitcoin in etwa steigen. Und was ich an so einer Stelle auch immer mal mache, gerade wenn es um recht klassische Chart-Analyse geht. Wir haben hier nicht, Volumen sind für mich hier nicht, es gibt immer mal, ein Gedanken erst zu Ende, es gibt immer mal verschiedene Möglichkeiten, um so etwas charttechnisch zu betrachten. Und für einige, insbesondere diejenigen, die da keinen Zugang haben, ist das alles kalter Kaffee. Die Ergebnisse sprechen aber für sich. Und ob es dann die Chart-Technik war oder fundamentale Dinge, die dahinter waren, bei Bitcoin und einigen anderen Werten im Übrigen auch, ist das dahinter doch viel zu intransparent. Um hier sagen zu können, ja, also wer dann irgendwie in seinem Podcast bespricht, guck mal, jetzt haben wir Bitcoin als Parallelwährung in, keine Ahnung, in irgendeinem neuen Land in Südamerika, ja, dann ist er ja schon gestiegen. Und so funktioniert ja aktive Anlage nicht. Also von daher, lasst uns bitte darauf konzentrieren. Wir haben hier sehr gute Erfolge in der Vergangenheit erzielt, deutlich über Münzwurf-Wahrscheinlichkeit und that's it. Ja, dann ist das ein gutes System. Dennoch schaue ich dann gerade auch in so einem Fall natürlich immer mal, was sagen andere, das kann ich, egal ob fundamentale Analyse oder technische Analyse, nur empfehlen, was sagen eigentlich andere? Sind die konträrer Meinung oder sind die deiner Meinung? Man darf dann selber entscheiden, was besser ist. Aber grundsätzlich nach anderen Standpunkten mal zu forschen ist sinnvoll. Deswegen habe ich in diesem Fall mal beim Kollegen André Rehn nachgeschaut. Vielleicht heißt er auch Rehn. Entschuldigung. Und der hat am 25.04. auf Bitcoin geschaut. Und ich möchte nur mal hier aufs Fazit vorspulen. Rallye-Fortsetzung in Richtung und später 37.400 bis 37.600. So, und das ist meines Erachtens auch korrekt. Und da kommen wir genau in diese Widerstandszone rein. Das heißt also, dass wenn etwas ein Ziel ist, dann ist es immer auch ein Widerstand. Ansonsten würde man es nicht als Ziel hier so formulieren. Dort endet jetzt diese Analyse, weil es eine kurzfristige Analyse ist. Das sieht man auch hier an den Retracements beziehungsweise an den Korrekturzielen, die besprochen sind. Und von daher würde ich mal sagen, diese Marke ist einigermaßen passend. Für mich ist es die entscheidende Marke, wenn Bitcoin darüber ansteigen sollte, dann gibt es neue Allzeithochs. Ob das in diesem Jahr, im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr ist, spielt letztlich keine Rolle. Wenn Bitcoin in so eine Anstiegssequenz übergeht, dann ist das ja in der Vergangenheit derart brachal geschehen, dass dann der Zeitwert, den man natürlich logischerweise aus so einer Spekulation dann rausrechnen muss, also ob etwas in 20 Jahren steigt oder in einem Jahr, macht natürlich einen großen Unterschied. Die Anstiege waren aber so deutlich, dass es eigentlich nur darum gehen kann, diese Bewegung nicht zu verpassen. Dazu muss Bitcoin aber rund 36.000 Prozent steigen. Und bei Ethereum sind es in etwa ebenso viel, wenn ich die Hälfte dieser Widerstandszone nehme. Ich wollte es nicht zu kompliziert machen, aber diejenigen, die schon länger dabei sind, das könnt ihr natürlich, indem ihr den Kanal abonniert, die wissen vermutlich, was bei dieser Widerstandszone so alles lauert, nämlich zum einen haben wir hier den gleitenden Widerstand. Wann immer Ethereum, das gilt natürlich auch für Bitcoin, darüber angestiegen ist, dann hat die Rally eine Fortsetzung gefunden. Und zum anderen ist das hier, das 38er Retracement dieser Bewegung, also der letzten Sequenz. Wenn also Ethereum rund 38 Prozent steigt, diesen Widerstand aus dem Weg nimmt, dann gibt es neue Allzeithochs. Das heißt, das Fazit der technischen Analyse lautet, wir haben ein, wenn ihr so wollt, ein Unentschieden. Beide müssen ungefähr 36, 37, 38 Prozent steigen, damit man sagen darf, keine neuen Tiefs mehr. Unter allen anderen Aspekten ist Ethereum der Gewinner. Und weil beide aber eben, wie wir anfangs festgestellt haben, letztlich unterschiedliche Konzepte sind, habe ich privat meinen Anteil, der langfristig investiert ist, 50-50 aufgeteilt. Ich muss dazu allerdings sagen, dass mein Ethereum-Anteil anfangs viel kleiner war. Also es geht hier, wie gesagt, darum, dass dieser Anteil in meinem Vermögen wächst. Wenn das Ganze dann noch dazu führt, dass ich der Geldentwertung entgegenwirken kann, und das ist so, am Ende des Tages haben wir eine starke Korrelation zwischen Kryptos und der Geldmengenausweitung der Notenbanken. Also das ist letztlich der Effekt, den ich gerne auch mitnehme. Aber ich muss dazu sagen, Ethereum war am Anfang kleiner. Man wächst ja auch in Kryptos rein. Am Anfang erschien es mir völlig skurril und ich war mir sicher, du überweist. Ich hätte genauso gut ein Online-Spiel-Casino in Macau überweisen können. Geld ist einfach weg. So, das hat sich im Laufe der Jahre verändert und es sind 50-50, obwohl ich bei Ethereum ein Drittel schon rausgenommen habe. Ich hatte Kursziele 2018 in diese Rallye hinein entstanden und habe gesagt, bei Ethereum möchte ich ein Drittel rausnehmen. Das hat dann auch gereicht, um im Prinzip den gesamten, so viel Profit zu realisieren, dass ich unter dem Strich nichts mehr verlieren kann. Bei über 4.000 ist das geschehen, ein Drittel rausgenommen. Bei Bitcoin sollte es, man ist ja anspruchsvoll, die Sechsstelligkeit sein. Bei Bitcoin war ich allerdings so viel früher drin, dass ich schon vor Jahren eines meiner erfolgreichsten Videos, wo ich mir selber quasi auf den Deckel gebe, schon meinen Einstand rausgenommen habe, das habe. Das heißt, da kann nichts mehr passieren. Aber die Sechsstelligkeit, die ich haben wollte für Bitcoin, die ist nicht erreicht worden. Insofern, wenn ihr so wollt, ich bin mit zwei Dritteln Ethereum und mit drei Dritteln Bitcoin noch im Markt investiert und den Rest entscheidet der Markt. So, und jetzt würde mich natürlich eure Ansicht, eure Meinung interessieren, wie es jetzt kurzfristig weitergeht. Wann erwartet ihr die nächste Rallye? Habt ihr mehr Ethereum oder Bitcoin? Oder sagt ihr, ne, alle Altcoins sind Schrott, will ich überhaupt nicht haben. Lasst es mich wissen. Und denkt bitte dran, hier unten im Keller sind die Programmierer. Und wenn der Kanal nicht wächst, dann muss ich denen sagen, ja, Freunde, ich kann es mir nicht aussuchen, dass der Markt, also seid gnädig mit Ihnen. Sorgt dafür, dass ich Ihnen schon bald Fenster kaufen kann. Das war's für heute. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis dann und ciao.